Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Ich wünsche dir noch mal lachen. So, wir kommen zum zweiten Teil von unserem Bett. Genau, es geht nach Holland zu unserem Nachbarland. Genau, wir fahren nach Holland, weil die haben ja da auch sonntags geöffnet. Wir haben nämlich heute Sonntag. Wir brauchen nämlich noch zwei MDF-Platten, die halt in den Rahmen da reinkommen und ein paar Schrauben, weil ich muss sie irgendwie festschrauben. Ich hatte das ja eh als Vorhaben mit dieser Nut, das war ich ja jetzt nicht und deswegen musste ich alles festschrauben. Genau, obwohl hat er mir die Hälfte vergessen. Ja, ich hatte zu wenig geplant. Das ist, wenn man das fünfmal umplant während der Planungsphase und dann... Wenn es aussieht, wenn es fertig ist, dann ist es immer am schönsten. Ja, da wird ein schön kleines Häuschen mit Lungenkasten davor und ein kleines Dach und eine Tür und eine Klingel. Wir haben nicht so eine alte Gartenklingel, die kommt da dran und eine Hausnummer. Also es wird alles richtig schick schick gemacht. Eine Fußmatte müssen wir noch bestellen. Eine Fußmatte brauchen wir auch noch, aber da bestellen wir eine online. Eine schönere. Ja, da kriegst du bestimmt so keine. Ich muss auch gucken, ob ich so eine Lichterkette hole für am Fenster oder so. Ja, ich muss mal gucken. Naja, finden wir schon mal. Da finden wir schon mal. Ich muss schon mal nach Kiki. So, ich holste jetzt in Holland. Sonst wird das Video. Geht dann fünf Tage lang oder so mit ständig irgendwelchen Kürzungen. Bis später. Bis später. Bis später. Oh, jetzt sind wir in Holland. Da unten steht Tegels. Was heißt denn Tegels? Ilse waren Kützjunduren. Und wir sind im Bauhaus in Holland. Ja, genau. Voll cool. Ich habe ganz schön Kopf gehabt, dass so nah an uns dran hier im Bauhaus ist. Wie lange sind wir jetzt gefahren? 15 Minuten, glaube ich. Jetzt sind wir gefahren. Kraste Nummer. Ja, ich denke mal hier an die Uhr. Hut Laminat. Was heißt denn Hut? Holz? Ja klar, Holz. Stimmt. Ich lese Hut. Ich lese Hut. Da. Oh, da. Ne, ich habe nur Holz gesehen. Ach, und die alten Reichen. Wann brauchen wir das mal? Einmal schon wieder 7 Euro oder auch schon wieder 14 Euro. Ja, eben. So, hallo ihr Lieben. Tag zwei. Ja, ich habe gestern Abend noch hier die ganzen Klebebänder abgemacht. Ist richtig schön geworden. Schön stabil. Und ich habe heute Morgen noch was anderes gemacht. Ich habe die Kamera nicht laufen, weil ich die Videoschnur unterkopiert habe. Ich habe hier die Fenster gebaut. So kleine süße Fensterrahmen. Und da kommen wir jetzt noch hier. Opsa. Die Stäbe hier rein. So, überkreuzt. So. Und dann wird das gestrichen. Ja. Die sind leider ein bisschen gerissen, die Hölzer. Aber ich habe mir extra so Schrauben jetzt in den Baumack geholt. Opsa. Mit so einem Kopf. So. Ich hoffe man sieht die im Video. Die haben halt so einen Plattenkopf. Damit reißt man das Holz halt nicht weiter auf. Damit schraube ich die Dinger jetzt fest. Und damit werden auch die ganzen Platten von innen fest geschraubt. Ja. Haben wir ja gerade noch Platten geholt im Baumack. Hatten natürlich nicht das, was wir brauchten. Aber wir haben improvisiert. Und jetzt mache ich erstmal die Fensterrahmen weiter. Wie funktioniert rein aus. Ich werde nicht и killen. Oder kannst du Kohlen durch die Schrauben zurück. Wie funktioniert ein Kl doğr , isn't da so. Ich werdmates hierITE 어� €6,000-taus perpet. Und damit einen Laureren vielleicht noch schneller auf die Nerven shirt. Aber ich versuche es, könnte etwas tun wie ein Kräuter und Bote zu kommen. Und jetzt kannst du chilometré Luise bio. Und dann kannst du nicht was auf die Windierte. Das hatte unseren Baumarkitbau nicht auf «H psdkdk.» Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich drehe mal kurz die Kamera. Stimmt, muss ich noch rüberlegen. Ja, und hier sind so die kleinen Wolken noch. Von innen habe ich natürlich nur so festgeschraubt, aber von außen ist das wirklich ein kleines Schmuckstück geworden. Das ist echt schick, schick. Mit dem kleinen Skiverdach da oben. Ja, ich bin so glücklich. Das sieht so toll aus. Ja, vorhin haben wir die Ecke jetzt mal richtig gut ausgenutzt. Und auf der anderen Seite hat die jetzt mal richtig viel Platz zum Zocken. Die kann immer richtig schön spielen. Zum Zocken? Zum Zocken, ja zum Spielen. Ja, gegen Computer, ne? Nee, da hat die mal richtig Platz hier. So, dann machen wir jetzt Feierabend. Wir fahren jetzt noch zu meinen Schwiegereltern. Genau, wir holen nämlich jetzt gleich die Kleine. Mal gucken, was die dazu sagt. Ja, die haben auch für uns gekocht. Ich glaube, die ist... Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das Video ist noch nicht zu Ende, aber gleich werden wir natürlich aufnehmen, wie die Kleine reagiert. Also, gleich geht's weiter. Genau, tschüss. So, Jasmin, sie müsste jetzt kommen. Au! Ja, man muss festziehen. Und wie ist das Haus? Papa ist auch Papa. Ja, klar. Kevin will sowas auch haben. Ich auch. Alena auch. Schön, ne? Oh, jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Siehste, fängt schon so an hier. Robert, da. Aber hier ist das Dach da, ne? Robert, Jasmin, guck, guck. Yes. Ja, ne? Voll gemütlich, ne? Ja, oi, oi. So, jetzt kommt das Ende für heute. Genau, die Kleine Maus hat sich sehr gefreut. Ich habe sie jetzt im Bett gebracht. Die pennt schon. Genau. Und ich werde jetzt gleich nochmal zu unserem Horrorhaus hier in der Nähe gehen. Die haben nämlich so ein Halloween Horrorhaus. Ich habe heute keine Lust auf Erschrecken. Die wird morgen. Ja, morgen gehen wir da zusammen. Heute wollte ich nur mal mit der GoPro ein paar Aufnahmen machen. Mal gucken, wie gut die zu sehen sind. Die Welt ist ja gesehen haben, weil das Halloween Video wird vor diesem Video da gewesen sein. Und ich hoffe, man konnte es gut sehen. Wenn es nicht dabei ist, dann konnte man es nicht gut sehen. Genau, ja. Und? Ja? Dann hat unser Sohn noch was Cooles gebastelt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Hat er mit seiner Freundin, hat er Kürbisse gebastelt. Sag ich nicht, ne? Man hat gebastelt oder ausgehölzt, ne? Cool, ne? Genau. Ja, und da kommen dann da zwei Teelichter rein. Der ist ziemlich fett, der Kürbis. Und dann werden wir den an der Haustür hinstellen, weil hier drinnen geht der ja ein. Obwohl draußen ist es auch warm. Der geht auch ein. Ja, mal schauen. Das sind ja ungewöhnliche Temperaturen draußen. Ja, aber diesmal schmücken wir draußen nicht. Wir haben ja zu Hause das ganze Bett umgebaut. Das war zu viel, wir können... Haben jetzt keine Lust mehr. Nächstes Jahr wird wieder groß geschmückt. Nächstes Jahr wird wieder groß geschmückt. Auf jeden Fall. So, alles geil. Dann bis zum nächsten Mal. Lass gerne ein Abo da. Like nicht vergessen. Kommentieren. Und ja, wir sehen uns in dem nächsten Video. Genau. Ich sehe voll fertig aus wie eine Pantabär oder wie die heißt. Wie heißt der mit den schwarzen Augen? Ja, Pantabär. Ja, genau, Pantabär. Boah, echt, echt. Ich bin dort vom Blatt. Tschüss. Tschüss.